Hallo und herzlich willkommen bei unserem Vortrag auf der virtuellen Bildungsmesse der Lernenden Region. Mein Name ist Kerstin Ernd, zusammen mit meiner Kollegin Nicole Kehres sind wir Ansprechpartnerinnen rund um die Ausbildung im Team Bechtel. Um euch einen kleinen Einblick über unser Unternehmen zu geben, werde ich euch in den nächsten Minuten jetzt ein bisschen was über unser Unternehmen erzählen. Gegründet wurde der Molkereibetrieb 1908. Seitdem ist aber einige Zeit vergangen und vieles passiert. 1983 war der Neubau der Molkerei durch Hans Bechtel in Schwarzenfeld. Zahlreiche Erweiterungen und Neubauten machen unser Firmengelände, aber jetzt erst zu dem, was es heute ist. Wir sind in den letzten Jahren sehr stark gewachsen, haben uns sehr stark vergrößert und allein unsere Mitarbeiterzahl hat sich in den letzten fünf Jahren mehr als verdoppelt. Aber auch heute sind wir noch mit einigen Bauprojekten und Erweiterungen auf unserem Firmengelände beschäftigt. Seit mehr als 100 Jahren steht die Privatmalkerei Bechtel für Tradition, Innovation, Qualität und Erfolg. Wir sind ein Familienunternehmen in vierter Generation. Im Jahr 2000 übernahm der Schwiegersohn von Hans Bechtel, René Guhl, die Geschäftsführung. Der Austausch mit unseren Landwirten ist uns sehr wichtig. Darum versuchen wir schon früh durch unsere Bechtel-Milchakademie den landwirtschaftlichen Nachwuchs durch interessante Workshops, Vorträge, Diskussionsrunden und Arbeitskreise zur Fortbildung mit uns zu vernetzen. Wir haben eine breit aufgestellte Produktpalette. Wir produzieren Milchprodukte der Lidl Premium Marke Ein gutes Stück Bayern, der Lidl Qualitätsmarke Milbona, der Lidl Biomarke Milbona Bio Organic und Grünländer Käsespezialitäten für unseren Partner Hochland. Unsere Produkte sind in so gut wie allen europäischen Märkten erhältlich. Aktuell arbeiten rund 850 Mitarbeiter in Schwarzenfeld. Circa 50 davon sind Auszubildende in verschiedenen Fachrichtungen. Heute stelle ich euch speziell unsere Milchberufe näher vor. Unsere Milchtechnologen sind Profi in Sachen Milch, Joghurt und Käse. In der dreijährigen Ausbildung durchläuft man sämtliche Abteilungen unserer Molkerei. Angefangen von der Rohmilchanahme bis zur Abpackung lernt man alle Prozesse kennen, die für die Herstellung von Milch- und Käsespezialitäten notwendig sind. Die ergänzende überbetriebliche Ausbildung und Berufsschule finden am staatlichen Lehrversuchs- und Fachzentrum für Molkereiwirtschaft in Kempten statt. Unsere milchwirtschaftlichen Laboranten haben die Qualität unserer Produkte im Blick. Während der dreijährigen Ausbildung lernt man im chemisch-physikalischen und mikrobiologischen Labor alle Untersuchungsverfahren kennen, die für die Überwachung des gesamten Herstellungsprozesses von Milch- und Käsespezialitäten notwendig sind. Die ergänzende überbetriebliche Ausbildung und Berufsschule finden am Lehrversuchs- und Fachzentrum für Milchanalytik in Triesdorf statt. Unser Ziel ist es, unsere Azubis bestmöglich auf das Arbeitsleben vorzubereiten. Da wir eine 100% Übernahmegarantie nach der Ausbildung haben, wollen wir nicht nur theoretisches Wissen vermitteln, sondern auch praktisches Know-how und einen Teil zur persönlichen Entwicklung weitergeben. Um unseren Auszubildenden einen Blick über den Tellerrand zu ermöglichen, haben wir verschiedene Aktivitäten und Azubitage festgelegt. Kennenlerntage schauen bei der Privatmolkerei Bechtel zum Beispiel etwas anders aus. Zu Beginn des ersten Ausbildungsjahres fahren unsere Neulinge zu einem Mölkkurs im Lehrversuchs- und Fachzentrum für Milchviehhaltung nach Almesbach und lernen dort durch Vorträge und das eigenständige Mölken der Kühe unseren Rohstoff besser kennen. Um das Wir-Gefühl zu stärken, gibt es mit allen Azubis und Ausbildern jährlich einen Teambuilding-Talk. Außerdem besuchen wir Partnerfirmen und bekommen die Möglichkeit, bei Firmen, mit denen wir täglich zusammenarbeiten, hinter die Kulissen zu blicken. Nach der Ausbildung ist es aber noch lange nicht vorbei. Wir bieten zahlreiche Möglichkeiten zur Weiterentwicklung. Außerdem bieten wir dir die unbefristete Übernahme trotz dieser schwierigen Zeiten nach dem erfolgreichen Abschluss der Prüfung. Wir haben eine überdurchschnittliche Ausbildungsvergütung, 30 Tage Jahresurlaub und weitere attraktive Sozial- und Zusatzleistungen. Wir zahlen einen Zuschuss zu den Fahrtkosten zur Berufsschule und überbetrieblichen Ausbildung und haben, wenn du Arbeitskleidung trägst, einen Wasch- und Reinigungsservice dafür. Habe ich dein Interesse geweckt? Dann schnuppere doch selbst mal rein und mache ein Praktikum im Team Bechtel.